So, RIP, Requiescat in Pacem, heißt eigentlich richtig übersetzt. RIP, also ein paar Worte zum Dr. Rainer Heep, der vor ein paar Tagen gestorben ist, der mich eingestellt hat, im Jahr 1991. Das war der einzige rote Landrat in Baden-Württemberg damals. Und der war schon lange dran, seit 1973 mit Gründung des Landkreises Böblingen, das was bis heute immer noch ein bisschen in der Diskussion ist. Der hat mich tatsächlich eingestellt. Ich kann mich an die Personen, und da muss man noch eine Rede halten im Kreistag. Viele sind da tatsächlich schon verstorben. Und die Landesbeamtin Monika Z. an die kann ich mich noch gut erinnern. Und dann hat Dr. Heep tatsächlich die Partei gewechselt, 1994. Und dann waren wir wieder per sie. Vorher waren wir per du. So geht also der Spaß. Aber er war ein guter Landrat. Und alle drei Landräte, unter die ich gedient habe, waren grundsätzlich in Ordnung. Und jetzt kommt aber gleich noch ein zweites Video zum Thema Digitalisierung. So geht auch. Bye-bye. So geht auch.